hier bitte kleckert sie nicht voll auswirkungen der schriftrollen der alten den gedanken zu schriftfreunde alten auf dem verletzten hatten wir schon dann erstmal die auswirkungen lesen wir es etwa ein bisschen was vor auswirkungen der schriftfreunde alten untergelehrten sind die gefahren das lesen der schriftfreunde alten wirkt allgemein bekannt die wirkungsweise dieser auswirkung ist derzeit jedoch nach noch weitgehend ungeklärt theorien über geheimwissen und göttliche vergeltung waren reine spekulation und basierten auf nur wenig tatsächliche forschung ich habe mich der gründlichen dokumentation der von den versägen der von den schriftrollen bei ihren lesern verursachten leiden gewidmet bislang konnte ich jedoch keine einheitliche theorie darüber entwickeln welche form diese leiden annehmen weshalb dies ein objektiv objektiv künftiger forschung bleibt ich habe die anweisungen in den vier gruppen unterteilt und deckt dass die effekte zum großen teil vom geist des leders abhängen um dies zu verdeutlichen werde ich diese diese im folgenden genauer beschreiben erste gruppe die unbedarften für diejenigen die über keinerlei wissen über die geschichte oder die wesensart der schriftrollen der alten verfügen ist die schriftrolle letztlich wirkungslos der leser kann weder die prophezeiung sehen noch wissen erlangen und wenn die rolle auch dem ungebildten kein wissen bringt so schadet sie ihm zumindest auch in keinerlei hinsicht die rolle scheint von seltsamen buchstaben und symbolen über zuquellen diejenigen die ein wenig von der astronomie verstehen behaupten oft sternbilder in den mustern und verbindungen zu erkennen diese spekulationen lassen sich nicht überprüfen da die studie verlangt dass die testobjekte ungebildet sind zweite gruppe der ungeschützte verstand diese zweite gruppe ist sich der gefahren die im lesen der schriftrollen liegen bewusst es sind personen die eine vorstellung von der natur der schriftrollen der alten haben und sie verfügen über ausreichend wissen um sie lesen zu können allerdings fehlt es ihnen an der notwendigen disziplin um die zerstörerische wirkung die ein kurzer blick auf die unendlichkeit hat abzuwenden diese unglücklichen seelen der blinden unmittelbar und sind unwiederbringlich dies ist der preis den sie für die überbeanspruchung ihrer fähigkeiten zahlen es bleibt jedoch zu erwähnen dass mit der blindheit auch ein teil des versteckten wissens kommt dabei hängt es von der person und ihrem platz in der größeren ordnung ab ob es sich dabei um wissen über die zukunft die vergangenheit oder das wesen des seins handelt aber wissen wird in jedem fall erlangt dritte gruppe das moderater verständnis in tamriel scheint nur der kult der amelmotte die disziplin entwickelt zu haben da fehlt er nennen den geist beim lesen der rolle die den geist beim lesen der rolle schützt die novizen unterziehen sich der strengsten geistigen was zucht und oft dürfen sie erst nach einem jahrzehnt oder mehr im kloster ihre erste schriftrolle der alten lesen die münche die schon viele ungeschützte geister unter ihren ungeduldigen und schüler erlebt haben behaupten dass dies dem schutz des eingeweihten dient mit ausreichender sehnsstärke gewappnet wird die sicht der leser zwar geschwächt aber bei weitem nicht so stark wie bei den ungeschützten die sicht vernebelt sich aber formen farben und texte bleiben lesbar auch das wissen dass die schriftrolle offenbart wird so gemäßigt und es bedarf der meditation wird so gemäßigt und es bedarf der meditation und der reflektion um das gesehenen vor ins würdigen und wiedergeben zu können vierte gruppe erleuchtetes verständnis zwischen der vorherigen gruppe und dieser befindet sich ein kontinuum welches bislang nur von den mönchchen der ab an motto durchquert wurde je mehr sie lesen umso blinder werden die mönche aber sie erlangen größeres und detaillierteres wissen während sie jede wache stunde damit verbringen die offenbarung zu studieren steigert sich auch ihre seelen stärker es gibt für jeden mönch den tag der vorletzten lesung an dem das einzige wesen das die schriftrolle offenbart darin liegt dass die nächste lesung die letzte sein wird für jeden mönch kommt die vorletzte lesung zu einem anderen unvorhersehbaren zeitpunkt es wurden vorläufige studien angefertigt um dieses ereignis anhand einer tabelle der schwere der blindheit des jeweiligen menschs vorauszusagen aber alle die diese fortschritt fortgeschrittenen stadien erreichen berichten dass der zuwachs an blindheit mit einer hohen anzahl an lesung abnimmt manche vermuten dass ein anderer unbekannter sind in dieser endphase weiterhin abnimmt das also aber derartige spekulationen überlasse ich den philosophen um sich auf seine letzte lesung vorzubereiten zieht sich ein mönch normalerweise zurück um ein leben voller offenbarung um über ein leben voller offenbarung nachzudenken und seinen geist auf die letzte einsicht vorzubereiten nach dieser letzten lesung wird er so sicher erblinden wie die ungeschützten die unbedarft zum wissen drängen der erläuterte hat jedoch sein verstand sein leben lang bewahrt und er verfügt über eine ganzheitliche ahnung dessen was ihm offenbart wurde ich hoffe dass dieser katalog denen dient die unser sterbliches verständnis der schriftrollen der ahnen vergrößern wollen die mottenpriester stehen über diesen dingen und sie betrachten die fortschreitende schwächung die mit dem lesen kommt als auszeichnung möge dieser text ein nützlicher ausgangspunkt für alle jenen sein die derartige studien unternehmen wollen diktiert dem angstius mit team viertel letzte saad blablabla zweite ära so und jetzt gedenken gedanken zu den schriftfreunden der alten aber das gedanken zu den schriftfreunden der alten von septim musik musik akademie vom winterfeste frage nach dem verrückten buch was stellt euch vor unter den wellen mit dem hellsichtigen wie viele seiten hat das 1 2 was geht ja noch okay ist ja noch moderat stellt euch vor unter den wellen mit einem hellsichtigen sägen aus hervorragendem gewebe zu leben wenn ihr das gewebe über eure team haltet würdet ihr seine struktur atmen und trinken obwohl die pflanzlichen fasern eure seele erfüllen würde das verdammte plankton den stoff verschmutzen bis vor prophezeiung bis er vor prophezeiung zum himmel stänke dies ist eine der weisen in denen die rolle ursprünglich entstanden aber sind wir das meer der atmende oder der stoff oder sind wir der atem selbst können wir durch die rollen fließen sowie das wissen dass er das wissen dass er das wasser ist das können wir so wie das wissen dass er das wasser ist oder stecken wir im morass aus meeresdreck der sich am rand abgelagert hat fest stellt euch wieder etwas vor aber diesmal anders ein vogel erklimmt im bündel von der böe erfasst und von einem stein getroffen wenn der vogel verkehrt herumfliegt kann man kann der stein von oben gekommen sein wo kann man die böe her und aus welcher richtung haben die götter etwas davon verursacht oder wurde es vom vogel bewusst so festgelegt wie alle sich der schrift rollen steht dreht im geist so dass relative positionen ihrem vorrang absolut werden wieder bitte bitte ich euch euch für mich etwas vorzustellen dieses mal seid ihr unter der erde eine kleine eichel welche von der wohlmeinenden 11 mai zu ihrer eigenen erbauung im wald gepflanzt wurde ihr wünscht zu wachsen aber ihr habt angst vor dem was ihr werden könntet und deshalb drückt ihr das wasser drückt ihr das wasser hat den schmutz und die sonne fort um im loch zu bleiben aber trotzdem werdet ihr erst durch das drücken zu einem baum wie ist das geschehen die eichel ist in diesem fall ein baum ei und das wissen ist das wasser und die sonne wir sind das küken im ei aber auch der dreck bedrücken gegen das wissen der schrift rollen um sehen zu werden ein letztes bild bevor sich euer geist vom schock des ewigen wissens verschließt ihr seid jetzt eine flamme die in einer riesigen lehrer hellblau brennt der zeit steht seht ihr eure geschwester geschwister die in der ferne die in der ferne und neben euch brennen ein meer aus winzigen punkten ein sternbild aus erinnerung jede brennt hell und flackert dann auf dann nehmen zwei weitere ihren platz ein aber nicht für immer damit die lehre sich nicht dem ranzigen licht dass die gedanken absolviert fühlt der geist von jedem von uns ist diese lehre und die weisheiten der schriftrolle sind die lichtpunkte ohne hier stehen stechendes licht wäre mein bewusstsein eine große lehre die sich ihrer lehre nicht bewusst wie er so bewusst wäre sowie die lehre ihrer selbst nicht gewahr ist aber die feuer sind gefährlich und sie müssen vorsichtig gepflegt und gehegt und zu sich selbst und ihren geschwistern gebracht werden ich habe nichts verstanden aber auch echt doof vorgelesen muss ja sagen aber ich will euch nicht dabei erwischen wie er mit einem dieser hunderte von jahren sind in die zusammenstellung dieser sammlung geflossen sie bleiben zum markt los wie sie ein verständnis ja das ist das werk von septimus signus keiner außer ihm versteht das wesen der schrift rollen der alten besser aber nun ja keiner versteht er ist schon lange nicht mehr hier zu lange irgendwo in norden in den eisfeldern sagte er habe ein altes zweimal artefakt gefunden aber nun das ist schon jahre her habe seither nichts mehr von ihm gehört toll dann trinkt mal weiter einen trock naja dann wollen wir mal gucken ob wir den typen finden wer mal was schönes auf nach himmelsrand willkommen an der akademie karte dahinten das wird in der akademie frei latschen das ist ja gar nicht mal so sicher ich versuche mal irgendwo da hinten zu steigen ist denn hier raus ja da und eingesperrt naja mal da mal ruhe da ich habe da gut die dürfen auch gerne wieder renoviert werden jetzt alles kaputt das ist eine ganz komplexe vorbeiren oder wie ist das war nur für den fall ist der typ da hingekommen so tödlich hier lang zu werden etwas meine vorzunehmen vielleicht bin ich noch irgendwas um das nicht raus das ist kalt die eisfelder sind die eisfelder was ist das hier das alles nur um so eine rolle schriftrolle zu finden wenn es am besten gar nicht weiterhilft das wärs ja noch wenn wir bitte dass sie ans weg gut haben als viele das hinweg im mits tempel Kriegsachs Knochen, Tod, Verderben Opferung Super Ich bin entgeistert Das euer Schützensgenet So Gehen wir bestimmt auch nochmal irgendwann rein So, aber dann haben wir es schon mal auf der Karte Und wir gehen weiter zu den Eisfeldern Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht mehr lange auf sich warten lassen Und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet Wir werden wahrscheinlich wieder Gegner treffen, denen wir nicht gewachsen sind Also sind wir gut Und einen Schneefurt Den werden wir auch sehen Den haben wir gerade gesehen Das ging an der Stelle Hopp Ein paar Horker Und das ist ein bisschen anti-aggressiv Nö Da, hier, da Eine Höhle Septimusiklose Außenposten Öffnen Ich habe bestimmt fallen aufgestellt Da müssen wir aufpassen Uff Schickt, der hat sich ein igu gebaut Moin Was ist das denn? Und wir runter Ohne, dass wir uns umbringen Ach, was zur Hölle ist das denn für den Riesenkubus Guten Tag Tragt weh mehr In der Anderwelt Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften Und nicht in eure tiefen empor schwingen Ja, mach mal Als das oberste Stockwerk gebaut wurde Haha, konnten keine weiteren hinzugefügt werden Es war und ist die höchste Spitze Wir fragen mal, wer ist das Zweite War das Eis Kerkert das Herz ein Der Fluch von Kargrenatz und Gargott Ur Es zu meistern heißt, das Wissen zu besitzen Die Fundamente Die Drehmärschatulle verbirgt es vor mir Die Schriftrolle der Alten verschafft Einblicke Die tiefer sind als die Tieflinge Um die Öffnung herbeizuführen Was? Ich habe genug gesehen, um ihre Struktur zu erkennen Die Krümmung der Luft Die Faltung der Zeit Aber nein Eine solche besitze ich nicht Oh, ich bin wohlauf Und werde wohl wohlauf sein Den Willen dieser Wende zum Wohlgefallen Hier Wie hier? Hier Das heißt auf dieser Ebene Mundus Tamriel In der Nähe Also es ist in dieser Welt In kosmologischen Maßstäben betrachtet Ist alles in der Nähe Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle zu bekommen oder nicht? Zwingt mich nicht, euch weh zu tun Sagt mir einfach, wo es ist Eine Hand wäscht die andere Septimus gibt euch, was ihr wollt Aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen Was? Seht dieses Meisterwerk der Dwemer Und ihre größten Geheimnisse Tief darin Tief darin Septimus ist ein kluger Mensch Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer Ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen Die Schriftrollen der Alten zu lesen Ohne zu verrecken oder was? In den Tiefen von Schwarzwalde Liegt solch ein Objekt verborgen Eine Brille Habt ihr von Schwarzwalde gehört? Dort, wo Dlener Städte ihren Schlaf genießen Ragt die Spitze sehnsuchtsvoll Und wird geheimes Wissen Tief unten In der fliegener Stelle In des dunklen Mark Im Schutz verborgener Helle Beim Turm von dem Sarg Eifternd Der Ort des Durchbruchs Des ersten Eindringens Der Erschließung Steigt ins tiefste Tiefen Hinunter Schwarzweite liegt sogleich darunter Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten Niemand außer Septimus Kennt den verborgenen Schlüssel Nur mit diesem kann's gelingen Das Schloss zu öffnen Um unter den Todesfels zu springen Alter, wie komm ich da hin und rein? Zwei Dinge habe ich für euch Zwei Formen Eine Kante Eine Runde Die Runde Form dient zum Stimmen Die Musik der Dremer ist leise und subtil Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen Das kantige Lexikon dient der Beschriftung Für uns ist es nur ein Stück Metall Für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens Doch leider Leer Findet Mzark und seine Himmelskuppel Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen Und den Würfel mit dem Wissen flammen Vertraut Septimus Er weiß, dass ihr es wissen könnt Oh man Was mach ich mit dieser Kugel? Lexikon Würfel? An Passionsphäre? Was? Was? Was schreibt das Lexikon? Die tiefsten Türen der Dremer lauschen den Gesang Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten Kann die Augen schädigen Oder auch den Verstand Wie im Falle von Septimus Oh ja Oh ja Die Dremer fanden ein Hintertürchen So wie immer Um das Wissen zu fokussieren Raus und hinein Ohne Schaden anzurichten Klingt ganz eigenartig Lexikon in ihre Vorrichtung Und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein Erglüht es dann in hellem Schein So bringt es zurück Auf das Septimus von neuem Lesenmögel Ne, das reicht mir Ich hab genug von dem Kerl Ich kann das nicht mehr Nö Ich gehe jetzt Und besorg den Betreuer Aber ganz dringend Ganz dringend Braucht er mal einen Betreuer Banane kann man mit dem Kopf sein Soll ich jetzt hin? Öfter Oh man Ich gehe jetzt erstmal hier hin Und daraus gehe ich dann weiter Wo geht es lang Da geht es lang Ich weiß, wie ich weiß, gab es ja auch Wieder Eisgeister und Vampire, glaube ich auch Jetzt hab ich jetzt nochmal Finde ich sogar totempierender Irgendwie, das ist ja Trausam Renten Typ ợi Oh man Oh man Du hast Nackt. 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 Genug. Ich ergebe. So. Dankeschön vielleicht. Jetzt haben wir den Händler Waffen. Wenig Zutaten. Auch nicht, ach hier kommen so ein. So ein. Ich würde aber gerade mal gerne Seelenfall anstatt von. Wir müssen uns dringend mal wieder ein paar Steine fit machen. Eventuell nicht unbedingt von einem Eisbären, aber wir haben gerade nichts anderes. Äh, Eisstachel. Oder die Klinge. Was soll das? Wann? Mein Schrei hat ja nicht funktioniert. Ich hasse das. Ach. Man, immer wieder. Ist das ein Problem, dass nur ich habe? Oder kennt ihr das? Ich habe doch gehört, wie der geschrien hat, aber es ist dabei nichts rumgekommen. So. Schon mal reinpacken. Und irgendwen von diesen Bandidos da einfallen kann. Ja. Ist ein Stück. Kann ein bisschen dauern. Die Theorie dürfte ja gleich jemand auch gelaufen kommen. Noch nicht. Ich bin nicht. Was? Ja. Ach. Ja. Das ist ein Hund. jetzt ist er wieder unterwegs sachen gibt es die gibt sich ich würde gerne eine seele fangen am liebsten nicht in einen berg hineinlaufen werden beim speichern so viele spielständige das ist müssen ich höre ich mache auch ausmisten man schaue mal sie löschen wunderbar ich schaue voll rein Waffen, Zaubertränke, der Regeneration oder so. Jetzt holt er noch mal einen Lauf, äh, ne, ne, ich mach' immer eine Enttäuschung, ohne wie ich dich gemacht, hm. Ja, heiß kalt aufgefressen, ey. Hä? Ich will nicht. Danke. Äh, Seelenfall haben wir noch drin, okay. Nur für den Fall, dass hier der Leitung irgendwas anderes rumläuft. Zum Beispiel der Wolf da. So, wir haben erfolgreich eine Seele eingefangen. So ein Witz. Wer hämmert denn jetzt da unten? Da bin ich da unbeschaltet, oder? Na, 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 ich wünsche es mir. Da muss ich ja ganz allein mit den ganzen Quemergedöns aufnehmen. Oh, das wird spaßig. Die Spitze ragt aus dem Boden. Dort ist sie. Das ist das nur so ein Ausgrabungs-Dienst. Das sieht alle zu Tode aus hier. Ich will das auch mit. Mhm. So, schon mal nicht. Dort finden wir Gold-Silberbarren. Ja, einfach mal mitnehmen. Können wir theoretisch nur eine Pennen. Wir sollen hier hin. Also dorthin. Also dorthin. Hallo. Da auch hin. Ich sehe nur Spitzen, die aus dem Boden ragen. Nichts anderes. Wahrscheinlich sollen wir wirklich dort unten hin. Okay. Gehen wir doch mal dort unten hin. Dann sag ich mal dahingestellt, ob das ne gute Idee ist, oder nicht. Alter. Ich klopfe gleich zurück. Ziel. Alfthand. Eisruinen. Hurra. Und sieht es hier so tot aus. Also. Mal so. Im besten am ganzen Gedärmen und dem Blut. Und allem. Was ist hier passiert? Warum muss ich jetzt hier durchlaufen? Wo ist es? Ich weiß, dass er es für euch haben wollte. Jezar. Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Nein. Es muss einfach auf mehr Skuma da sein. Warte. Irgendwas offener. Super. Boah. Hier ist es schon am Town. Und jetzt tatsächlich durch diese Halle. einmal. Ganz durch das ganze Tempelgewölbe hier. Zurück laufen. Jetzt noch Motorrad draußen. Heute ist echt ein guter Tag zum Aufnehmen. Wenn es noch geht. Ich kiste mal. Weil die Schauspieler wieder zu sehen. Ich kiste mal. Ich kiste noch mal. Ich kiste mal aufhören. Ich kiste mal. Wir sind gerade hier. Ich kiste mal. Vielen Dank.